Ich habe das Gefühl, dass Rising Storm 2 an Spielern nachlässt. Das kann nicht sein, ich habe ja gerade gespielt. Richtig, wir haben auch Hype ist vorbei, aber ja, das ist doch bei jedem Spiel so. Oder? Das ist bei jedem Spiel so. Hat ein paar starke Wochen und dann lässt es nach, aber ich glaube, dass Rising Storm 2 ein Spiel ist, was so ein festen Stammspieler durchaus lange beschäftigen kann. So viele leere Server, aber ich glaube, das war immer schon so. Ich hau den mit den Schnauzen. Mach den jetzt weg! Gibt's doch nicht. Okay, das war vielleicht nicht so eine gute Idee. Ich lache mich tot. Ich wollte es mal ausprobieren, ich habe es noch nicht ausprobiert. Aber ich habe auch 2-3 mal den Elektrokasten getroffen. Ich bin schon wieder auf einer Diät. Hallo. Ach nein. Man, ich verstehe nicht warum er einfach rum gestanden hat. Normalerweise, wenn du ihn schlägst, dann erstarrt er so kurz, fällt hin und dann steht er irgendwann wieder auf. Warum zappelt ihr Haar? Ist doch gar nicht windig. Der macht jetzt denselben Scheiß-Trick wie ich. Genau, legt direkt an die Tür die Falle. Bitte, mach das. Danke. So, genau so hat er es gemacht. Und dann hat er die Tür eingeschlagen, ist irgendwie durchgekommen und ich bin reingelaufen. EG, äh, egal. Da ist doch noch mal... Ich würde die Machete nehmen, oder? Was ist das? Das macht doch gar keinen Sinn. Bleibt zusammen. Was soll das? Der war da gerade drin. Was glaubst du, was da noch drin ist, ey? Ich verstehe es nicht. This is Sparta. Ja, hätte ich machen können. Nächstes Mal. Eine gute Idee. Ja, ich hätte mal gern so ein Spiel, so in der Richtung, was logisch ist. Warum soll ich nur drei Items aufnehmen können? Warum soll ich entweder den Baseballschläger oder die Machete nehmen können? Warum? Schöne... Die Bullen, oder? Oh nein, nicht ich schon wieder. Ich versage. Oh, shit. Okay. Ich lauf zu dem Typen. Ich weiß ja, wo Jason ist. Der hat da zwei gerade am Schlawittchen. Ich geh zu euch. Ich schütze euch. Ich schütze euch an den Schlawittchen, aber da ist ein Bär-Trap auf dem Gas. Du hast schon Gas für das Boot, oder? Ich muss jetzt mal die Toiletten kontrollieren. Wo ist mein Gewehr? Wo war mein Gewehr? Das sind auch so Sachen. Kann man sich jetzt drüber aufregen? Muss man nicht, aber... Ich laufe hier oben rum, was soll das? Wir waren überall schon drin. Da oben ist das Camp. Oh, da ist Jason. Was? Ey, so viel Pech kann man doch nicht haben, oder? Ich sehe ihn nicht, wo ist er? Jetzt geht es. Ich lese mal. Sehr easy man. I put the gas in the car. Yep. Und die Key ist... und die Fahrt? Nein, die Key ist neben dem Fahrt. Warum kann ich den nicht umwenden? Was machst du, Junge? Dammit, nein! Lach doch, du! Ich lenk ihn ab. Warte, ich helle dich, mein Freund. Nein, RUN! RUN! Nein, RUN! Nein, RUN! Aber... Jetzt hat er mich gehalten und ist tot. Ich glaube, mein Dings ist schon benutzt worden, oder? Warum renne ich immer noch? Ich kann diesen Arsch, Baby. Gib ihn mir. Gib ihn zu mir! Gib mir ein kleines Kiss! Arschloche. Oh mein Gott! NAAAAN! Du schweinewacke! Das ist... NOO! Du bist tot! Das ist eine spaßige Runde Nein, nicht Scheiße Nein Hau ihn in die Schnose Ey, der haut auf ihn ein Nein, nicht Ja, bis später Fleischi, ne, bis später Ich gucke auf jeden Fall nachher auch zu Ich weiß nicht, ob ich nachher noch Zeit habe Muss ich noch einiges klar machen Aber ich gucke zu Und ich hoste dich Meine Güte Warte Hau doch ab, du Lappen Der Typ ist echt lustig Nein Er pfortet sich Der ist richtig gut Das ist echt eine lustige Runde gewesen Oh Scheiße Oh Mann Und Heilzeug liegt direkt neben ihm Okay, wir haben noch einen übrig Zwei Zwei Ich kann aber nicht auf die Map gucken Okay, bin rechtzeitig da Opa Opa Ei Na Na Jo Bis später Fleischi Ich gucke vorbei So Ja, mit so Leuten macht das echt Spaß Der kommt da richtig Rein in das Game Er fühlt das Spiel Ich hoffe, er fühlt es nicht zu sehr Wenn er das ausmacht, dass er da irgendwie weitermacht In der Richtung Das wäre schlecht Das ist ja auch in den meisten Ländern strafbar Was hier gezeigt wird Das sollte man nicht zu Hause nachmachen So, er läuft gegen die Wand Ist auch ganz gut Das war echt übel mit dem Auto Da sah er einfach mit einem Klopp auf die Motorhaube Dann einfach demoliert Da ist auch nichts an Irgendwie kein K-Glas in der Nähe Ja, der weiß, dass du da bist Und jetzt in den Schrank zu steigen macht Sinn Beobachte wir die Tür ein, Wemst Obwohl er hat Ist doch nicht gut, was du tust Ich sollte die Schnauze halten, ich bin schon tot, aber Er ist nicht im Rage-Modus, sonst wäre er einfach durchgelaufen Das ist gar nicht zielstrebig, was er tut Das war so dumm Ich bin hier für ein paar Mal 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 Okay Woh! Alles klar